Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich wollte schon Halo 4 sagen, ich weiß nicht warum, das ist ewig her. So, wir machen mir den Licht aus, so. Wir haben in der letzten Folge hier alles komplett auseinandergenommen. Ich möchte gerne jetzt nach Hause, wir werden, ups. Ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden, Alter. So, nehmen wir erstmal die 10mm in die Hand, laufen tun wir anders, so, stimmt. So, wir laufen kurz nach Hause, ich würde gerne ein bisschen bauen mal wieder. Das heißt, wir gehen da zu den fiktiven Häusern, die eigentlich nicht existieren. Das sieht doch irgendwie schon komisch aus, so, was war das? Nehme ich mit, kann alles gebrauchen. So. Und dann müssen wir demnächst mal ausmachen, wo wir jetzt nächstes hinwollen, was für eine Quest wir machen wollen, ob wir uns ein bisschen weiter weg von zu Hause bewegen. Was ehrlich gesagt ein bisschen kritisch wird, weil wir haben schon gesehen, was beim letzten Mal passierte, es war nicht cool. So, da wir in den Baumodus gehen, werde ich jetzt so weitermachen. Oh, guck mal, wer nutzt die Pflanzen? Scheint wirklich was zu werden. Ja, nice. Sehr schön, mach weiter. Gut. Ich würde gerne gucken, ob wir irgendwie hier ein bisschen weiter bauen können. Es wäre echt nice, ich bin natürlich immer noch krank. Möbel, nein. Strukturen. Beton war das, ne? Beton, Boden. Oh cool, ich kann einen bauen. Ne. Jetzt kann ich keinen mehr bauen. Ne, wir sind ein bisschen vorangekommen. Wo bekomme ich Beton her? Markierung für Suche. Also Beton brauchen wir echt ohne Ende. Was ich gucken möchte, ich hatte es ja schon beim letzten Mal erwähnt. Oh, Stall. Cool. Stallböden. Stalltüren. Toiletten. Oh, ich kann Toiletten ruhig hier bauen. Wie cool. Ein Toilettensitz. Ah, wie cool. Das gefällt mir. Ähm, nein, 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 nein. So, ähm. Was können wir hier noch? Strukturen, Gerüst, Güterwagen. War das vorher auch schon da? Kugelbahn. Das war doch vorher nicht da. Das war doch nicht erzählen. Naja. Ähm. Genau. Ich wollte was anderes gucken. Was ist das? Spezial. Fockfilter. Achso. Huch. Das ist noch übrig geblieben. Ähm. Es gab doch Ressourcen. War das unter Ressourcen? Sonstiges. Äh. Gartenfeld. Oh, man kann Gartenfelder aufbauen. Oh, das ist cool. Plünderstation wollte ich aufbauen. Äh. Das hatte ich ja letztens schon erwähnt, dass ich jetzt nicht mehr wusste, wo das ist. Aber. Äh. Äh. Mir ist es wieder eingefallen. Und. Äh. Die Jungs, die hier bei mir auf dem Land sind, die werden da arbeiten und Ressourcen für mich sammeln. Ähm. Ja. Das ist der Plan. So. Äh. Dafür brauche ich erstmal ein Manikin. Wo laufen die hier rum? Hallo. Arbeitslose. Da ist ein Arbeitsloser. Hör auf damit. Wir springen. Ich spiele zu viele Spiele. So. Du, mein Freund. Wie war das nochmal? War das Select? Nein. Äh. Befehligen. Genau. Dann befähigen wir ihm schon mal Ressourcen zu sammeln, weil wir werden viele Ressourcen benötigen, um Sachen zu bauen. Ähm. Eine kleine Frage. Ich weiß nicht mehr, ob wir das war. Ähm. Zuweisen. Ähm. Ähm. Wenn wir jetzt von hier aus, von der Hauptstadt quasi, von unserer Hauptstadt aus, ähm, einen Handelsposten in die andere leiten, ähm, heißt das, dass die Sachen hin und her transportiert werden? Oder nur in eine Richtung? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist das One Way oder ist das Beides? Kann ich, kann ich dich wegnehmen? Bist du gerade verschwunden? Hm? Nein. Okay. Okay, du bist zugewiesen und machst für uns, äh, äh. Für was bist du denn bitte zugewiesen? Was ist das? Ist das ein Bär auf Krücken? Okay, da ich nicht weiß, was er macht, äh, äh, er wird, er wird schon das Richtige machen, weil er macht das schon. So, wir haben drei Leute hier, äh, gut, einer sammelt. Das würde auch erstmal reichen. Gut, wir können nicht viel bauen. Nice. Das kann ich immer noch nicht knacken. Und wir müssen Betor finden. Gut, ich würde sagen, wir gehen, ähm, einmal kurz rüber, obwohl ich sollte erstmal was essen, ne, wenn ich schon mal hier bin. Okay, essen wir was. So, herstellen. Eichhörnchen am Stiel. Ja, das war wirklich viel gebaut. Mal gucken. Äh, vielleicht kriegen wir demnächst ja mehr Ressourcen zusammen, wenn das hier alles funktioniert. Wo ist der Typ, der hier Ressourcen sammeln sollte? Aber es ist wahrscheinlich Nacht, und nachts arbeiten die nicht. Klingt logisch, oder? Waren wir da hinten schon mal? Wir gehen da gleich mal. Wir gehen ja jetzt mal hin. Aber ich wollte was essen. Ich wollte was essen. Zuerst eine Sache erledigen und dann die andere Zero. Ähm, Eichhörnchen am Stiel. Okay, ich habe mein Essen gar nicht dabei. Cool. Nein, 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 nicht hier. Obwohl, könnte ich ja was anderes herstellen noch, außer Eichhörnchen am Stiel. Ja. So, das wüsste mich eigentlich sättigen, ne? Ich bin aber noch hungrig. Grillte Red Hirsch. Ich bin gut gelehrt. Sehr schön. Hier ist meine Pumpe. Da pumpen wir noch mal ein bisschen. Na komm, trinkt aus. Trink aus, McClane. Sehr schön. Boah. Dann müssen wir gucken, wo wir als nächstes hinwollen. Stimmt, hier war noch eine kleine Insel, wo ich noch drauf wollte, ne? Weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Ob es hier noch irgendwas gibt. Was ist das? Ist das irgendwas? Achso, der Hund, ja. Okay, das gehört auch schon nicht mehr zu unserem Gebiet. Aber hier ist auch nichts. Mal gucken, was das Licht sagt. Ansonsten, äh, würde ich sagen... Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bezieht euch mit euren Krankheiten. Wenn das keine guten Schüsse waren, dann weiß ich auch nicht. So, Holzblock. Ja, Musik, der Kampf ist schon längst vorbei, danke. Oh, oh, Strahlung. Alles für ein bisschen aufbereitetes Wasser, naja. Ich muss echt aufpassen, was ich mit dem Red hier mache. Ich will mich nicht zu überanstrengen. Gut, äh, hier ist ja der Handelsposten gleich. Schicken wir alles direkt mal rüber. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein. Wo kommst du überhaupt her? Du Scheiße. Oh, da ist noch ein zweiter. Scheiße, Mann. Ich sollte mich erst mal heilen, ne? Wo kommen die denn her? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warte, Moment, hier so. Kannst du aber sterben? Hauptsache, du gehst nicht zu mir. Noch irgendwas hier, was mich töten will? Nein, ist ja gut. Ich bin jetzt ein bisschen durstig, aber was soll's. Äh, wir müssen gucken, wie man Medikamente herstellt. Ganz, ganz wichtig. Sonst würde es uns nicht allzu lang gut gehen. Waren wir hier schon drin? Ich glaub schon, ne? Ich glaub, hier haben wir zumindest mal reingeguckt. Oh, Hund. Mach keine Geräusche. Ich tue, ich jetzt halb tot bin. Ja, hier haben wir schon mal reingeguckt. Aber wir können auch hier schlafen. Das ist doch ne Scheune. Da gehen wir gleich mal hin. Aber erst mal gehen wir hier hin. Äh, richten Handelsposten ein. Äh. Drei Leute hier. Ich seh jetzt nicht ein. Ach, ne? Befähigen. Wie war das nochmal mit losschicken? Die Person kann nicht aus dieser Siedlung entfernt werden. Ja, wir brauchen hier neutrale Leute. Das ist das Problem. Ähm. Hatte ich hier schon... ein Ding ins Kicht gebaut? Nee. Und mir fehlen auch Ressourcen dafür. Die Millionen sind gewachsen. Essen kann niemals schaden. Gut, dann schlafen wir selber nochmal ein paar Stündchen, würde ich sagen. Bevor wir weiterziehen. Es ist zwei Uhr. Wir schlafen mal so sechs Stunden bis acht Uhr. Das, äh, ist dann wieder tagsüber. Das gefällt mir ein bisschen mehr. Wobei wir nachts tatsächlich die Lichter sehen, was ganz cool ist. Was muss reichen? Ach, hat mich die Kuh gerade erschreckt. Ich hab schon, sie will was Böses. Gut. Ach, da haben wir eine Wasserpompe. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir da hinten zur Lagerhalle, ne? So, gucken wir mal, was da hinten ist. Vielleicht kriegen wir da ordentlichen Loot. Und freut uns deinen Keks. Wir müssen umblehfliegen. Aber hier ist auch noch irgendwas, ne? Oh, wir müssen das Bläfliegen sein. Ich hasse die Dinger. Kram. Leere Milchflasche. Ach, Hundi. Lock doch nicht die Bläfliegen an. Ah. Hundi hat getötet. Ups. Ist hier noch eine Bläfliege? 26a-Klammer noch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Freunde. Nein. Komm schon. So. Nicht schön. Nicht der beste Scheiß, aber... Irgendwelcheiß. Das ist halt gar kein Scheiß. So, was haben wir hier dann? Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ist noch ein Bett, falls wir es benötigen. Whisky. Zigaretten. Eine Stange Zigaretten können wir gut verkaufen. Und wir müssen jeden Müll mitnehmen. Alles, was geht! Sich habe ich auch gesehen. So, was sagt der Kühlschrank? Coca-Cola. Okay. Wir müssen uns genau umsehen. Wenn hier irgendwas schiefläuft, bin ich tot. Warum darf das hier doch eigentlich gar nicht so gefährlich sein? Oh nein. Wicked Shipping Flottenliegeplätze. Ghule. Ich erinnere mich gut. Müssen aufpassen. Ganz, ganz doll. Aber, ich werde an dieser Stelle kurz speichern. Weil, der Weg hierher mit den ganzen Blähfliegen und so, sollte mich so wohl erwischen, bin ich tot. Das wissen wir alle. Es ist noch zu früh, um stark zu sein. Und ich weiß, dass da viele Ghule rauskommen. Aber, wo Ghule sind, ist auch Lüte. Also, komm, schleichen wir uns durch die Gegend und hoffen, dass wir die einigermaßen tot kriegen. Wo ist meine Schroplinte? Da, okay. Musste ich sicherstellen, dass er tot ist. Und noch ein Teddybär. Und ein Holzblock. Weil es hier voll gelohnt, den ganzen Red auf sich zu nehmen. Muss bald wieder Red Away nehmen. Die Erstkontakt-Bit-Ghulen, Freunde. Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir welche gesehen haben. Ja, du hast den Arm verloren, Freunde. Modizierungsverschwendung vom Feinsten. Löcher. Ölkanister. Raubenschlüssel. Alles wird gut genug. Huh. Wicked Unternehmen. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Außer, dass wir Schluss machen und uns ganz schnell verkrümeln. Lass uns das mal persönlich bereden. Ich will nur, dass wir beide heil aus der Sache rauskommen. Okay. Äh, was mir grad einfällt. Audio. Stimmen hoch. Musik auf die Mitte. Effekte ein bisschen weiter runter. Aber ich glaub, Effekte sind auch die, ähm, Sprachnachrichten. Schritte. Radio. Ganz, ganz weit runter. Na gut. Das dürfte es gewesen sein. Schachteln-Tigaretten nehme ich. Ah, right away. Vielleicht soll ich das direkt nehmen. Wäre nicht verkehrt. Kaugummi. Abgenutztes Brett. Schraubpatronen, yeah. Die Blechdose nehme ich noch mit. Gut. Aber leider kein Beton. Ich glaub, dafür brauchen wir Zement, oder? Weiß ich gar nicht. Ah, Siedler. Impropisole brauche ich jetzt nicht. Das kannst du behalten. Während nicht, dass du nackt bist. Oh, 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 oh. Einsteiger-Tresor. Geschafft. Ah, 10-Millimeter-Patronen, ja. Das hilft doch ordentlich weiter. Aber so wenig Gule. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass sie aus allen Wänden kam. Herzball-Radio. Er. Glühbirne. Ja, irgendwas richtig Praktisches bekommen. Irgendwas, was wir suchen. Kronkorken, ACP. Wicked-Shipping-Wohnwagenschlüssel. Und Kronkorken. Und Kronkler-Läberbar. Nice. Das wird mir sehr helfen. Denn wir wollen ja später ziemlich nahkampfmäßig abgehen. Terminal. Was sagt uns das Terminal? Benutzer Blake Flynn ist angemeldet. Ladungsverzeichnisse. VLP hast du nicht gesehen. Oh, Karte aktualisiert. Kunde General Atomics. Rechnungsnummer, Zielort General Atomics Fabrik. Status wird ausgeliefert. Versanddatum, bla bla, Paletten. Okay, wir könnten quasi hier unsere Karte aktualisieren. Triceless und Messfusion. Da darf man noch irgendwas. Nee. Nee. Protokolleinträge. Nachrichten. Bitte, Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über mein oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute. Vermasselt es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidioten, der die gesamte Ladung geliefert und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake, der Boss. Wer nennt sich bitte sehr Blake, der Boss? Dann würde ich gleich schon die Autorität kappen und sagen, ey, du bist ein Affe. Ich mache hier, was ich will. Dann werde ich zwar gefeuert, aber egal. Dann hat er den Arsch voll gekriegt. So, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Wir haben aber einen Wohnwagenschlüssel. Ja, wo ist der Wohnwagen dazu? Hm. Hello there. Kannst du mir helfen? So, äh, falscher Eintrag entfernt. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Zack, falscher Eintrag entfernt. Halte, ich sehe da was. Bumm. Hier sehe ich auch noch einen. Äh, sehe ich hier noch irgendwas? Äh, direkt nicht. Aber wir probieren einfach mal vor. Zwei Treffer. Gut, dann müssen wir etwas ähnliches nehmen wie vor. Und das dürfte Fons sein. Das wär's. Na, nice. Protektorsteuerung. Äh, Persönlichkeitsmodus auswählen. Standard, U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug, Feuerwehr, Erste Hilfe, Rechtsvollzug. Einheit aktivieren. Hoffentlich geht er nicht auf mich. Aktivierung. Protektron zu Diensten. Gut oder böse? Gut oder böse? Ach, gut. Kommst du mit? Ich hab eventuell hier ein paar Ghula am Start. Oh nein. Scheiße, das war die Schroffritte. Ein Labor. Asas, Holster, Ritur, Weapon können wir herstellen. Droge, Buffjet. Äh, drei Stärke, drei Ausdauer, 65 maximale Gesundheit und 35 maximale Arten. AP für acht Minuten ist nicht schlecht. Buff Tets. Wahrnehmung, achso. Ja, nice. Aber ich muss sagen, ich halte von den Drogen nichts, die machen nur abhängig. Ich würde sehr gerne irgendwie sowas wie Stimpacks herstellen. Fußangeln. Fußangeln. Geringer Schaden beim Darüberlaufen, Chance auf Taumeln. Machen wir mal ein. Feuerwerk. Was wir hier alles wieder machen können? Heilung. Äh, Ascheblüte, Aufbereitetes Wasser, Diestel, Flaschenkürbisblüte, Karottenblume. Ach du Scheiße. Äh, Leuchtendes Blutpaket. Roboter Reparatursatz, Kitospeichel. Maximal Gesundheit für 20 Minuten. Oh, das ist nicht schlecht. Antibiotika, heilt Krankheit. Leuchtende Pilze. Ich habe leuchtende Pilze. Ansonsten sammle ich welche. Die sind doch bestimmt nachgewachsen, oder? Und wir müssen zu Hause eine Krankenstation bauen, Freunde. Kann ich mich von der Krankheit heilen? Roboter! Roboter! Hilfe einem armen kleinen Bengel wie mir. Du machst das, oder? Da ist was Böses. Oh, und die? Nicht dein Ernst. Ach, komm. Das ist der krepiert. Geh da rein, mach ihn kaputt. Achtung, es ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen. Ich habe nicht mal die Erfahrung bekommen, obwohl ich einmal draufgeschossen habe. Ach, und die. Ich werde dich nicht heilen, tut mir leid. Es ist es mir nicht wert. Noch nicht jedenfalls. Es wird der Zeitpunkt kommen. Also, wir werden gleich auf jeden Fall kurz nach Hause laufen. Wir müssen eh so ein, zwei Sachen ablegen. Und dann werden wir auf jeden Fall eine Krankenstation bauen. Und, mir wurde gesagt, ich kann doch bei den Hosen, wie Hosen? Da, ich soll Taschen bauen. Kann ich zu Hause eventuell machen, ja. Aber hier geht das momentan nicht. Weil mit Taschen kann ich natürlich mehr tragen. Ja, cool, ich stecke fest. Tolle Tür. Du bist müde. Ich habe doch geschlafen. Wer solltet ihr erzählen? Ich will mal einen ganzen Ratz hier mal mitnehmen. Klebeband ist immer gut. Uh, Fusionszellen. Das ist gut. Benzinkanister. Löscher. Kaffeekanne. Aluminiumdose sind immer gut. So. Gucken wir uns hier natürlich erstmal ordentlich um. Wir müssen definitiv alles mitnehmen. Aha. Ich habe eine Aluminiumdose verpasst. Und eine Bierflasche. Gute, gucken wir mal hier oben. Und dann müssen wir noch den Wohnwagen finden, ne? Verstellbarer Schraubenschlüssel. Kaffeetasse. Äh, Abstergo. Putzmittel. Ja, ich sage mit Absicht Abstergo. Ich sage immer Abstergo zu. Wie auch immer das heißt. Hahaha. Aha, ein kleines Jump'n'Run, Freunde. So, dann gehen wir nämlich hier hoch. Tada. Schon kriegen wir Munition. Und eine Leiche. Hallo Leiche. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin überladen. Echt jetzt? Schon? Mit Leuchtvisier. Hm. Nehmen wir noch den Besen mit. Wie das rumbackt. Gut. Wo ist aber der Wohnwagen? Wir gucken gleich mal. Ich will jetzt erstmal kurz nach Hause latschen. Aber ich kriege Schaden, wenn ich überladen bin, ne? Gut, wir werden bis zum nächsten Ding ins Kiechens laufen. Und da lege ich alles ab. Und dann sehen wir uns da, würde ich sagen. So, wir sind angekommen. Ich habe natürlich ein bisschen Schaden bekommen, aber... Das war es mir wert. So, ähm... Alle Patronen weg, die ich nicht brauche. Die Fußangeln behalten wir auf jeden Fall. Wie viel Gewicht hast du? Nicht viel auf jeden Fall. Das ist gut. Machete. Impro-Kurzgewehr. Dafür habe ich eh keine Munition. Lasermuskete behalten wir. Ähm. Ja, du kommst auch erstmal weg. Ich habe hier keine Munition für. Ah, doch, habe ich. Aber ich... Obwohl, soll ich es mitnehmen? Ich habe eigentlich noch genug für die 10 Millimeter, ne? Und für die Schrotpflanze. Ja, da haben wir noch genug. Außerdem habe ich zur Not halt noch den hier. Aber das ist wirklich mein Notnagel, ne? So, ich habe alles abgelegt, was wir nicht mehr brauchten. Und wir haben wieder 76 Gewicht. Wir haben hier eine Laborstation und da würde ich gerne Heilung beauftragen. Und zwar... Antibiotika, Leuchtpilz. Aber die sind natürlich drüben, beim anderen. Egal. Theoretisch kann ich mir eigentlich Antibiotika auch reinziehen, wenn ich es selber bauen kann. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich hast du recht, Zero. Eigentlich hast du recht. Kristall und Kopfverfettung noch. Ach man, ich dachte, ich habe es schon. So, wir brauchen hier unbedingt ein Leuchtsignal. Ganz, ganz dringend. Gut, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal ein bisschen was rein. Und zwar... Ja, ein Antibiotika ziehen wir uns rein. Ich habe das andere Antibiotika jetzt natürlich weggetan. Und ein Red Away. So, und dann... Nein, verlassen. Verlass es! Geht auch. Ja, später. Äh, Transfer. Ich möchte gerne ein Antibiotika mitnehmen. Haben wir noch irgendwas brauchbares? In dem Pack behalten wir mal. So, ziehen wir uns gleich mal ein, zwei rein. Dann dürfte ich eigentlich wieder durstig sein. Und wir werden hier auf jeden Fall dann trinken. Wir haben noch zwölf Stück. So, gut. Laufen wir zurück und gucken, ob wir da irgendwo einen Wohnwagen sehen. Wir müssen hier alles mitnehmen. Wir müssen Medizin brauchen. Und hast du nicht gesehen? Was auch immer wir alles damit machen können, ich weiß es nicht. Wir werden es dann wahrscheinlich herausfinden. Wenn wir es brauchen. Ja gut, jetzt bin ich wenigstens erstmal die Krankheit los geworden. Ich habe einen Notantibiotika dabei. Wofür wir auch immer Blutblätter brauchen. Merkt man einfach, dass sie hier direkt nebenan wachsen. So, wir haben einen Wohnwagenschlüssel. Haben wir auch einen Wohnwagen dazu? Ach, und die ist immer noch da, ne? Ach stimmt, ich bin ja jetzt ohne Hund unterwegs. Miest. Ich sehe hier, hätte ich gesagt, keinen Wohnwagen. Ups. Da gab es auch nichts zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hin. Vielleicht wisst ihr, wo der Wohnwagen ist. Ist das hier? Ah. Ist doch kein Wohnwagen. Kronkorken. Kronkorken, Granate, 10mm. Uh, mit Leuchtvisier. Nehmen wir einfach mal alles mit. So, dann gehen wir halt jetzt noch nicht nach Hause. Machen wir das später und werden dann ein paar Taschen anbringen. So, wir haben hier immer noch. Wo ist die 10mm? Da. Und meine ist besser, ne? Naja. Dann gehen wir mal da hinten hin. Gucken, was das Fragezeichen zu bedeuten hat. Ein kleines Häuschen. Ach, ich mag, dass das auf der Karte alles verzeichnet ist. Ich mach's alles so ein bisschen leichter als der Kuh. Du ohne Hund unterwegs. Mal dran denken. Ja. Sei einfach mal OP. Wehe, du steckst mich an irgendeiner Krankheit. Oh Gott, das sind zu viele. Oh Gott. Okay, okay. Die Blühfliege kann ich nicht verfehlen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde hier verrecken. Oh Gott. Ernsthaft? Ich lass mich von Blähfliegen vor... Oh Gott. Von Blähfliegen... Oh Gott, sie ist irgendwo hier. Mach keinen Scheiß, ich will nicht sterben. Stipp halt! Drecksvieh! Ah! WTF! Weißt du, ich mach so eine Milliarde Raider fertig und dann kommen da drei Blähfliegen und zerstören mich fast. Was sind Blähfliegen? Jetzt der Rotz ist das, ey. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Nein! Komm her, du bist Vieh! Ich drehe durch! Naja, Nahkampf ist immer noch so best. Ödland Überlebensführer. Du hast deine Ausgabe des Ödland Überlebensführers gefunden. Du nimmst dauerhaft 5% weniger Schaden durch. Nahkampfangriffe. Nice, 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 nice. Hat sich gelohnt. Poloband der Ausreißerin. Lass sie uns doch mal rein. Inventar, diverses. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Und es war schlimm. Richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen wisse. Mama hat nur geweint. Und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhouse in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Jetzt, wird es irgendwann wieder besser sein? Was hat sie ihrem Vater gesagt? Entweder A, sie ist schwanger oder B, sie ist lesbisch. Eins von beiden. Ah, vom Blähfliegen vorgeführt, ey, Leute. Gehen wir hier zum Schiffchen. Und geht nach Red Rocket Raststätte. Dann gehen wir da auch, nehme ich gleich hin. Wir brauchen den Hund. Dringend. Hier ist ein kleiner Panzer. Cool. Ah, ich bin zu Hause. Oh, hier, oh Gott, da war ich schon drin. Ich drehe durch, das war das Leuchten. Gut, wenn wir jetzt schon mal zu Hause sind, können wir auch gleich hier hingehen. Gucken, ob wir irgendwie was herstellen können für uns. War das in der Höhle, die wir gesehen haben, mit den Mauerwurfsraten? War das Hirnpilz oder war das der Leuchtpilz? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. So, ach, hier steht die Laborstation. Drogen, kann ich einiges herstellen. Aber ich würde gerne auf Heilungen gehen. Rappadarabra... Ja, gut. Wieso kann ich das nicht bauen? Apotheker! Rang 1, oh, ich brauche Rang 1 Apotheker. Ich könnte mir Stimpacks herstellen, Blutpaketen. Stimpacks, sorry. Ich sag's jedes Mal, ich weiß. Wir brauchen auf jeden Fall den Apotheker. Verbessert die Resistenz gegen Infektionen und Parasiten. Na gut. Joa. Erst mal den ganzen Müll abladen. Boah, weiß ich, was wir an Schrock bekommen von dem komischen Typen. Kann ich denn nicht selber auch daran arbeiten? Weil offensichtlich arbeitet da niemand dran. Ne, ich kann da nicht dran arbeiten. Hallo? Hä? Kann mich grad nicht bewegen. Der Typ muss doch daran arbeiten. Benötigt. Ich steh das mal hier unten hin. Vielleicht kommt er da besser ran. Ich weiß es nicht. Also, wir haben auf jeden Fall da einen Typen dran. Aber er arbeitet nicht. Schweinerei. Wie viele Leute haben wir hier? Vier. Okay, es ist einer dazu gekommen. Den müssen wir jetzt finden. Du siehst doch ziemlich arbeitslos aus. Nicht so gewesen perfekt. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht ein Jäger? Ich könnte ein Jäger sein, oder? Oder jemand, der aufpasst, weil der hat auch eine Waffe in der Hand. Sondern ein Polizist vielleicht? So, arbeitest du jetzt? Arbeitet mal hier irgendjemand? Äh, immerhin du. Wer sagt es denn? Niemand. Okay, wir werden es beim nächsten Mal sehen. So, wir müssen nach Hause. Äh, nach Hause sag ich schon zum Mund. Und dann gehen wir einfach irgendwo hin. Irgendwo in der Nähe. Gucken wir mal. Meine Api sieht sehr schlecht aus, ne? Ich hätte was trinken sollen. Dadurch, dass ich mir so viele Stimpaks reinziehen musste. Von diesen dämlichen kleinen Fliegen. Das ist... Leute, warum sind Fliegen so kacke? Ich hasse die Dinger. Ich habe die Stimme gehasst. So, trinken wir uns erst mal Sit. Okay. Stimmt, ich wollte, ähm... Rüstungswerkbank, ne? Kann mal irgendjemand hier arbeiten? Wir Ressourcen organisieren? Habe ich hier eine Rüstungswerkbank irgendwo? Oder muss ich jetzt eine bauen? Waffenwerkbank haben wir hier? Ähm... Ich muss die Sachen unbedingt transportieren. Wenn ich sie finde. Ich glaube, Waffenwerkbank habe ich hier noch nicht. Gut, wir transportieren alles erstmal in unsere Hauptzentrale, weil... Wenn ich ständig irgendwelche Sachen suchen muss, ist das kacke. So, gut, dann, äh, gucken wir mal. Äh, Ressourcen, Herstellung... Modernes Firearms Prototype. Vending Machine. Was auch immer du bist, aber ich bau dich einfach mal. Oh, cool. Luca-Cola-Mixerstation. ETF. Luca-Cola-Quantum. Luca-Free. Oh, cool, ich kann mir hier Luca-Cola erstellen. Luca-Cola und schmutziges Wasser. Weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Müssen wir eines Tages gucken. Und du? Ich kann hier verschiedene... Oh, ich kann hier mit Pre-War-Money bezahlen. Wie cool. Ah, es kommt bestimmt aus der Mod. Classic Personal Jetpack. Gasmaske. Online-Store. Firearms. Okay. Was auch immer das alles ist. Oha. Ach, hier kann ich die ganzen Waffen kaufen. Interessant. Ich brauche dafür jetzt mal eine andere Waffe irgendwie. Hier kann ich Sachen verkaufen. Oh, nett. Nett. Endlich kann man was mit dem Pre-War-Money machen. So. Dann die Laborstation noch dahin. Oh. Und er hört. Habt ihr hier ein bisschen was vergessen? Ich glaube, eine Waffen-Werkbank habe ich nicht. Ups. Waffen-Werkbank benötigt lokale Anführer. Ach komm. Halt, Rüstungs-Werkbank wollte ich. Oh, hier auch lokale Anführer. Na gut. Hauptsache ich habe das Waffen-Ding jetzt gekriegt. Aber das kriegen wir schon im Laufe des Let's Plays, Freunde. Da werden wir noch einiges vorankommen. Ich weiß, heute ist jetzt nicht so viel passiert, aber das gehört ja auch alles irgendwo zusammen, dass man sich vorbereitet und hier und da. Daher bin ich überhaupt müde. Ach, wegen den Stimpics. Ja, stimmt. Aber es macht mich jetzt nur stärker. So, Hundi. Hundi? Hundi? Hallo? Ja, cool. Er ist verbuggt. Gehen wir eine Runde schlafen. Vielleicht hilft das. Geh bitte nirgends wobei. Los geht's, Junge. Wir müssen gehen. Gut. Unser nächstes Ziel für heute. Wo gehen wir denn hin? Ups. Was ist das daneben? Ich glaube, das ist dasselbe, oder? Was ist das denn? Settlement, Vault, Point of Interests, Power Armor, Militäre Base, Metropolis Station, Bubblehead. Ah, cool. Und Magazine. Ah. Stimmt. Wir haben hier zwei Magazine gefunden. Okay. Wenn wir Magazine wollen, finden wir sie da. Da gehe ich noch nicht hin. Das ist mir ein bisschen zu krass. Das haben wir auch abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt in der Umgebung eigentlich fast alles, ne? Dann ist der nächste Stop tatsächlich der hier. Wir werden erst mal... Komm. Konkord. Es wird Zeit. Es wird Zeit, die Mission abzuschließen von mir. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dann sollten wir es machen. Nein, da halte ich mich fern von. Bitte lass mich in Ruhe fliegen. Hab mich nicht gesehen. Sei gütig! Fliege, sei gütig! Ich glaube, sie ist hier kein Problem. Okay. Gut. Unsere Mission führt uns ja dahin. Ach, die Todeskralle! Oh, shit! Wollen wir es versuchen? So not, laufe ich weg, oder? Feuerrate verbessert, aber Schaden ist weniger. Na gut. Könntest du behalten, du. Könntest du behalten. Meint ihr, wir kommen gegen die Todeskralle an? Ich laufe weg. Ich laufe einfach weg. Museum der Freiheit. Gut, gucken wir mal. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Wenn du die festgesetzten Siedler. Scheiße, das ist viel zu offen hier, ne? Ja, Hundi. Ganz gerne was machen. Ich bin blind! Wenn du blind bist, wie kannst du mich anvisieren? Oh, da kommt der nächste. Oh, morgen! Okay, das war klar! W-, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w, was genau ist jetzt passiert? Oh, hier liegen Fusionszellen. Hätte ich gesehen. Okay, ich glaube Wir werden Auf jeden Fall die Lasermuskete ausrüsten Okay, ich kann zweimal nachladen Wovor ich schieße Ich brauche erstmal einen taktischen Punkt Irgendwo einen Punkt, wo die mich nicht erreichen Ich weiß auch nicht, wer zur Hölle mich erschossen hat Komm, zeig ein Köpfchen Achso, der Angriff wird stärker, wenn ich zweimal nachlade Aber es ist immer noch ein Einschuss Zu wissen Okay, wir müssen vorsichtig voranschreiten Oh, Gefahr Ich wurde erwischt Ich kann ihn von hier aus looten So Oh, Hecklau Oh Offensichtlich lebe ich noch So, das passiert, wenn ich das spiele Hecklau und Koch Und du hast sogar Munition für mich mitgebracht Ach, das ist ja nett Oh, jetzt wird's lustig, Freunde Eine neue Waffe Testen wir sie mal Okay, du bist noch eine Figur Okay, hier ist niemand Ich muss trotzdem vorsichtig sein Aus dem Weg Wir sind durch Hier habt ihr euren Tee, ihr Affen Ich erinnere mich, dass hier in die Ecke einlauert Gibt's hier keine Betten? In solchen Situationen würde ich gerne speichern Komm raus Dann mach ich's kurz und schmerzlos Glaub mir Nette Gerätschaft Nette Gerätschaft Gefällt mir Oh, Herr Clown Koch Coole Sache Äh, der Wert ist aber ordentlich, ne? Und hat weniger Gewicht Oh, guckt euch den Wert an Das Ding muss ich mitnehmen So, warten wir ganz kurz Noch bin ich versteckt Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind Auf jeden Fall sind da oben noch ein paar Das weiß ich aus zuverlässigen Zeroquellen Und ich weiß Dass wir unten Munition finden Hm, die bekomme ich so nicht auf Da ist es Oh, die Waffe ist echt nice, ne? Ich weiß nicht, findet ihr das zu überpowered Wenn ich diese Waffe benutze? Schreibt's mir mal einfach in die Kommentare Soll ich die Standardwaffen benutzen? Soll ich die Mod wieder rausnehmen? Je nachdem So, gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um Baseballhandschuh kann ich gebrauchen Kronkorken, Silbertafel, Messer Nur Seife zum Fallen lassen Seife zum Fallen lassen ist die beste Oh, komisch zu So, da sind wir doch schon mal wieder richtig gut ausgerüstet Das freut mich doch Muss dann noch drauf achten, wie viel ich Trage Deswegen gucke ich mal ganz kurz Äh, ich kann nicht mehr viel tragen Vor allem müssen wir gleich die Powerarmor noch tragen Und die ist doch deutlich schwerer Das heißt, ich muss gleich auf jeden Fall gucken, ob ich irgendwas ablege Oh, komm, Vorrat Nice So, da ist die Tola, die wir umgebracht haben Die hat höchstwahrscheinlich auch so eine Waffe Die verdammt wertvoll ist Die sind aber nur Kacke Vielleicht sind wir deswegen gestorben Weil die Gegner auch diese Waffen benutzen Das würde es dann auch wieder ein bisschen schwerer machen Okay Kacke Irgendwann dachte ich kann mich von da aus reinschleichen Und sie dann fertig machen Waren wir da schon drin? Ne, das führt uns nach unten Das führt uns nach unten Hier unten ist noch irgendwas Natürlich ist hier unten nur irgendwas Aber das wird mich ziemlich überladen Äh, Einsteiger Und Einsteiger Ich mach lieber das hier Das heißt, das... äh... Terminal Wir können natürlich auch beides machen Dann würde ich die Erfahrung für beides bekommen Ach, schaff Dann machen wir beides Die Erfahrung ist es mir wert War hier nicht gerade irgendwas? Da Einer weniger Da ist noch einer Ähm... Jetzt muss ich ganz genau gucken Da ist noch... Ah, Versuche zurückgesetzt Danke für nichts Ach, ich hasse es, wenn das passiert Na gut Ich vertraue Die sind durch Sicherheitsschloss entriegeln Ist gemacht So Hier lungern aber noch ein, zwei Leute rum Das müssen wir bedenken Wenn ich hier jetzt sterbe War natürlich alles umsonst Lass uns verdammt nochmal verschwinden Sonst werden wir noch erschossen Sei nicht so ein Weichei Wir halten für die anderen die Stellung Was hätte ich mein Hund? Bist du taub Da draußen ballert jemand alles zusammen Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod Scheiße, Mann Ich kann sie nicht erwischen Da ist nichts mehr Was denkst du denn? Keine Ahnung Wer ist da? Das ist wohl Du könntest dich verstecken Noch jemand hier? Nein So Okay Waren das hoffentlich jetzt alle? Ich hoffe schon Ich hab keinen Bock zu sterben Warum muss ich noch An der Todeskralle vorbei? Komm ich lauf einfach weg Ist mir doch schiss egal Sollen sie alle von der Todeskralle zerfetzt werden? Wir werden einfach weglaufen Ja hier wäre geheim gewesen Komm schon Die gehen nirgendwo hin Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern Hörst du? Ich geh mal spazieren Aber ich komm wieder Und dann seid ihr tot Okay ich hab sie alle Oh ich hab sie alle Ehrlich Äh doppelläufig Kurz Habe ich auch Oder was Äh ja 47 Gut Schlagring nehmen wir einfach mal mit Achso den haben wir ja geköpft Von dem haben wir ja die Waffen bekommen Aber wie gesagt Schreibt es mir einfach in die Kommentare Wenn ihr findet dass das zu OP ist Und dann werde ich die auch nicht mehr benutzen Weil sie sind Wie ihr gesehen habt doch schon recht stark Ähm Ja Kann man sehen wie man will Weil im Endeffekt werde ich ja später sowieso Nahkämpfer werden Und ich werde es versuchen Werd höchstwahrscheinlich dran scheitern Und dann doch mit Waffen kämpfen Aber ich will es zumindest versucht haben Versteht ihr? Ich will es versucht haben Gut Sie haben die Türe für mich geöffnet Doch Freunde An dieser Stelle würde ich sagen Äh Sehen wir uns Ich weiß nicht wer du bist Aber dein Timing ist perfekt Preston Garvey Von den Minutemen des Commonwealth Ja Freundlich Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Euer Seh Tschüss